Hallo, hier bin ich wieder im Truck Simulator Offroad 4. Ich werde mich jetzt ans Level 12 machen. Ja. Der ist aber hoch beladen mit Baumstümpfen, äh, mit Baumscheiten, Holzscheiten. So. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt besser reden. Das Motorgeräusch trotzdem noch. Ähm, ja. Ich spiele es jetzt gerade über meine Boxen ab, das Motorgeräusch. Und, ja. Ich hoffe, das funktioniert dann. Ach du Scheiße. Vielen Dank. Ja, ich hab doch dieselbe, ne? So, und das jetzt. So, und das jetzt. Das Motorgeräusch kommt jetzt zwar etwas verzögert, klar, das wird über Bluetooth da auf der Anlage wiedergegeben. So, ja. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.